so wir messen des nitro motors standard 17 14 zoll mit einem 154 fmi motor und pz 19 vergaser heute schnelltest prüfstand einfach die ps rauslesen so da haben wir 7,2 ps bei 8000 umdrehungen ungefähr 7,7 newtonmeter läuft auch 90 das teil locker also 100 kriegt es auch noch hin auf max geschwindigkeit haben wir nicht getestet das die kurzen prüfdaten check von der thunder